Willkommen zurück zu Borderlands 2 DLC. Ja, mit Hammerlock. Das ist jetzt schon das zweite Mal mit Hammerlock, aber das ist das richtige DLC, wo man auch ein paar Trophäen kriegen kann. Und wir wollten jetzt, ja, dahinter irgendwo. Ich gucke mal eben auf der Karte. Hier hinter, aha. Das könnte aber sein, dass das im oberen Bereich ist. Moment, weil hier kann man doch nicht. Na, wir fahren erst mal gucken. Was soll's. Sollte das schon jetzt der Boss sein von dem DLC? Warte mal, war doch hier unten? Ja, hier unten. So, ja, Gift war eigentlich ganz gut bis jetzt. So, dann gucken wir mal, ob wir von hier aus da hinkommen. Aber ich glaube, das ist da oben, ne? Ne, hier außen auf gar keinen Fall. Und hier drinnen, ne, auch nicht. Ja, dann sind wir hier ganz falsch. So, dann müssen wir da hinten wieder durch. Dann kommt er aus dem Wasser gekrabbelt. Ja, Tür ist wieder zu, dass ich daran, ähm... ...weil ich das Spiel beendet hatte und... ...die letzte Aufnahme liegt, äh, ist vom Vormittag, ist vom Vormittag, jetzt haben wir es nachmittags mittlerweile. Deswegen ist hier alles wieder da. Auch alle Kisten sind wieder geschlossen. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise und so. Ich hab immer das Gefühl, ich bin zu leise. Ich hoffe nicht. So. Ah ja. Sind wir schon da. So, wieder hier durch. Ich denke mal schon, dass das hier hinten ist. Moment. Ja, ich denke mal schon, dass das noch in diesem, hier in diesem oberen Bereich ist. Na, kleinen Moment. Aber bei meinem Handy kam gerade irgendwas zum Akzeptieren und ich hab meine Stoppuhr nicht mehr gesehen. Das ist ja gar nicht nett. So. Ah, da laufen schon wieder so ne... Wenn ich aber hier oben lang laufe... Kommen, glaube ich, die... Na, ist egal. Hier sind wir, glaube ich, schon mal durchgerannt einfach, oder? War das hier? Ne, das war weiter hinten. Bin ich hier einfach mal so spawnen? Ey, wieso kann ich nicht... Der hat mich festgehalten, die Sau. Der Jackmörder. Na und? Ihr habt den ja nicht getötet. Habt ihr ja nicht getraut. Ja. Ah, da. In einer Reihe hier vor aufstehen. Oh, das ist... Was ist das denn? Hat er das gehört gerade? Ach, von denen da oben? Mit einer neuen Pistole. Ey. Was schreit der? Was für eine Knarre. Ey. So haben wir nicht gerechnet. Alter, ich muss so viele Gegner. Okay, die sind beschäftigt. Gehen wir mal schnell hier rüber. Komm, Geschütz. Gibt's doch eine ganze Armee zu töten hier. Also noch haben wir den nicht getötet. Also noch haben wir den nicht getötet. Der soll aber hier sein. Ich glaube, ich kann mich an... Die Pistole ist wirklich... Gefällt mir. Bei einem Guckmann-Chan. Den die macht. Oh, zwei Leute noch. Noch noch ein Skill. Ach, das war der schon. Oh, der Zauberer, der muss doch dran glauben. Alter, kleiner Zwerg. Kommen die da immer her. Komm her, Zauberer. So. Allerdings geht die Munition auch sehr schnell, alle. Von dem Teil. Hier haben wir noch einen Sniper. Mal alles verkaufen. So. Ich dachte erst, der hier wäre vielleicht auch noch... Ach, ist ja sogar. Geht aber nicht. Wo führt denn das hin? Oh, oh. Ich glaube, das ist eine Falle. Wenn das jetzt funktioniert hätte, wäre ich tot gewesen. Na gut. Den nehmen wir auch noch mit. Eigentlich könnte ich doch hier runterspringen irgendwo, ne? Dann bin ich doch gleich wieder da. Da hinten. Dün, 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 dün. So. Okay. Okay, das brauchen wir nicht. Kann ich denn hier... Hier runter. Dann wäre ich doch da vorne wieder. Ja, genau. Woi. Woi. Was liegt hier? Wieso liegt hier eine Granate? Hatten wir hier... Ne, hatten wir doch gar nichts getötet. Ja, oder vielleicht... Runtergeflogen von da oben. Oh, wenn die nächste Mission auch wieder da oben sein sollte, kann ich mich gleich von unten, von dem Fahrzeug rüber zu meinem anderes Fahrzeug teleportieren lassen. Da ist man so gut wie schon... Da ist man so gut wie schon... Alter. Leider nur Maschinengewehr. Und da ist noch eine Sanate. Na gut. Ich gehe sowieso mal schnell hier für das... Für die Pistole. Herzlich willkommen, Kunde. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Die verbraucht wirklich ganz schön... Ganz schön schnell ihre Munition. So, hier hast du. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich finde den riesigen... Habe ich von denen jetzt eine neue Mission gekriegt oder war das noch eine Mission? Die haben wir ja noch. Genau, die noch. Und dann geht es ja hier weiter. Und warum... Achso, dahinter oder wie? Nee. Achso, ja, alles töten was mit ne Quere kommt? Okay. Fangen wir mal mit dem da unten an. Ey, ist aber nicht nett von dir. Ist der jetzt auch... Ach. Der ist tatsächlich da hochgeschwungen? Den nicht. Albinas Gag. Töte... Also von den Viechern jetzt vielleicht keiner haben. Aber könnte das sein... Äh, wir haben doch hier schon so viele Viecher getötet. Könnte das sein. Könnte das sein, äh... Ja, dann können wir auch die andere Mission machen, weil... Wenn uns die in ne Quere kommen, töten wir die ja sowieso. So, da muss ich jetzt wieder... Ähm... Wo muss ich da hin? Hier hinten. Komme ich da hin? Irgendwie... Achso, das ist wieder in der Gegend. Okay. Ja, da brauche ich natürlich ein Fahrzeug. Und... Da werden wir uns natürlich... ...unser Fahrzeug teleportieren. Nein! Ich habe meine Schäne verloren! Hau endlich an! So. Warum spawnen hier unten so eine... Wollte ein bisschen, äh... ...haben. Ha. Der hat sich hinter unseren Dings versteckt. Na ja, gut. Dann machen wir doch erstmal die Mission, weil ich... Der zeigt ja an da und das kann hier überall sein. Und bis jetzt haben wir doch hier eigentlich... ...alle Viecher immer getötet. Deswegen verstehe ich nicht. Auch nichts. Hallo, jetzt geh doch mal hier... Ich finde den riesigen... ...Skallion... ...den riesigen? Das hört sich aber nicht gut an. Oh je. Wolltest du die mal beseitigen da unten? Was? Sehr schön. So, den nimm mal mit, den braucht ihr ja nicht mehr. Oder hinten irgendwo. Auf der Fre... Wo ist das hier? Ach, zwei von den Haufen. Das ist aber ein anderer Haufen. Ist das vielleicht das Vieh, was so kacke Geräusche macht? Oh, ich glaube, ich sehe da hinten. Seht ihr? Wir müssen da drüben lang laufen. Ich habe ja nur gewartet. Und das war ja keine Falle. In dem Sinne, das war ja... Das war ja eigentlich Schutz. Gut, dann müssen wir hier lang. Oh, hier sind wieder so eine Viecher. Nicht hochspringen. Wieder so ein Skill. Da vorne hat einer Iridium. Fallen lassen. Findet man auch gar nicht so oft hier in dieser Welt. Finde ich. Dafür, dass sie für ihre... Ihr wisst schon, da 25 und so, ne? Damit man eine besondere Kiste kriegt. Ah, hier geht es in eine andere Welt rein. Ich habe es geahnt. Da gibt es vielleicht auch diese Viecher. Die wir brauchen. Skilla... Wie ist es? Na egal. Okay, ich muss nach da. Nach da muss ich. Aber dann gehe ich erstmal hier hin. Nur um zu gucken. Dass sie so aussieht. Okay. Das ist hier wieder so ein... Boah, wie tief. Ne, eindeutig tot. Ziemlich neblig hier. Na gut. Auf jeden Fall gibt es hier oben... Geschäfte. Hier können wir uns einen Dings holen. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Wundervoll. Bis bald, mein Freund. Wenn du anders einkaufst, lasse ich dich tüten. Mh... Ja, ja. Das wird sie jetzt immer wieder... Gibt es hier oben hin? Ich weiß, da müssen wir noch nicht hin. Oder? Da ist ein großer Handabdruck. Mit dem X. Hm. Wieso Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst? Habe ich bereits. Dein Geld ist weltlos. Achso, wir kriegen ja mal die... Die Waffen, die wir hier wieder zu viel haben. Ach, das habe ich bereits. Okay. Oh, immer schön alles gleich. Ah, ich hole mir mal hier ein Fahrzeug. Und wir fahren mal in die Richtung her. So, hier soll er sein. Oder hier in der Höhle? Ah, da ist er ja. Ein Skalien. Gut gepanzert und unglaublich tödlich. Achte auf seinen Schwanzkammer, Jäler. Ich sehe keinen. Ich sehe bloß hier einen dämlichen Mitstreiter. Auf seinen Schwanz? Ich sehe doch hier gar kein Vieh. Und da noch einer? Jetzt haut doch mal ab hier. Lass mich hier nochmal... Erforschen. Ist der hier schon? Ist der vielleicht unsichtbar oder was? Ich glaube, da müssen wir rein. Er hieß ja nicht vorher anders oder haben wir den jetzt gerade schon getötet? Ich weiß es nicht. Bei uns sind noch mehr von denen. Ich muss doch schon wieder einen Schnitt machen. Okay, die ballern wir damit weg. Und ihr kriegt hier. Ich traue mir jetzt auch gar nicht weiter zu laufen. Weil ich weiß, da kommen wieder ein Haufen Viecher. Okay, dann sage ich mal an dieser Stelle Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Borderlands 2 DLC. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.